We're going to play a little word association game first. Enter the first thing that comes to mind while reading the on-screen prompt. Äh, jetzt weiß ich warum das 4 Euro kostet, weil das mit Voice... Du liebst das mit Voice. Ja, weil ich... ...or simply have no respect for this game. You can always just fill in what you'd like to draw yourself. Oh nee, ich will das nicht zeichnen. Äh, aber das ist ja voll die Beleidigung, da kann ich ja nichts reinschreiben. Hä? Beleidigung? Naja, hier was man reinschreiben muss halt. Das ist ja voll gemein. Egal was ich hier reinschreibe, ist ja voll gemein. Okay. Ja, was denn? Na hier, da... Hä? Müsst ihr nichts reinschreiben? Ja doch, aber voll normale Sachen. Aber er sagt dir doch auch, ne, wenn du das Game nicht respektierst, kannst du auch irgendwas anderes schreiben. Was ist ein hilarious Anime-Monster? Oh, man kann rerollen. Das fällt mir nicht ein. Oh, das fällt mir auch nichts ein. Ähm... Perfekt. Ah, man muss mehrere Sachen schreiben. Ja, ja, drei Stück, drei Stück. Hurry up, please. Ähm, ich hab irgendwas gemacht, ich hab keine Ahnung. Okay. Hey, hey, hey. Du hast voll cool gemacht, ich hab das auch noch nie gespielt. Yeah. Yeah. Okay, let's check out our first subject. Round one. Round one. Oh. Now try to draw it from memory as best you can within the time limit. Ready? So sauer bin ich schon wieder hier. Warum bist du sauer? Das ist unmöglich. Nix, nix, gar nix. Ey, das kann ich doch nicht zeichnen. Ich hab die schon mal gemalt. Ähm, mit Chiara. Oh, Chiara. Oh, nee. Ist das hässlich. Let's see with the results of this round on. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ihr bewerten könnt. Denkt dran, dass ihr bewerten könnt. Oh mein Gott. Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Christian. Lol. Hat die Feuer so in der Hand? Ja, hat die nicht so immer so. Können wir hier das abgemacht? Ja, ja, ja. Ich bin doch immer so ihr Glimmer geworfen, ihr Kuhl. Ja. Ich hab einfach schon irgendwo draufgeklickt. Was bei Christian passiert? Was denn? Das erkennt man doch. Was? Das ist der Winner. Linda, sei kein Hater. Ich bin ein Hater. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Chat? Oh, ich kenn, ich kenn, ich kenn. Ich glaube, ja. Was ist denn das? Ich glaube, das ist von Dragon Ball, oder? Ja, richtig. Super, ey. Aber das ist eigentlich das Original. Irgendwie so. Ich hab keine Ahnung. Ah, ich will einen Mangel. Kann das nicht. Geil. Oh, Christian. Ja, das ist der Jurgle. Perfekt. Oha. Eins zu eins. Ah, Mann. Der ist halt, ja, ja, Crunchy, genau. Der ist dick. Der ist richtig dick. Der ist dick? Ja. Dann, er kriegst du points. Aber. Aber. Ich bin ein Junkie. Sieht man hier auch so Chat-Votes, oder sowas? Wow. It's a draw. Wow. It's a draw. Ich glaube, das mit dem Chat ist gar nicht an, ne? Man sieht nämlich gar nichts. Coole Frage. Nächste Runde nochmal. Gucken gleich nochmal. Oh. Oh. Hey, na. You're not that. What's that? Get your game on. Stop already. Voll in Ordnung. Let's see what the results of this round are. Oh, der ist ja viel besser als Vayner. Oh, die Nase. Ich bin richtig kacke. Hey, look at me. Pretty? Rülpst. What? I don't know what I would vote on. Ja. A carrot. Oh, ein historischer Meisterwerke hier. Ich nehme das, äh. Ja. Simple. Das ist so Minimalismus, aber alles, was man braucht. Die Nase hat's gemacht. Lecker. Okay, so. Was bedeutet das? Hey, hey, hey. On an Adventure. Wie? Hä, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja, ich hab's falsch verstanden. Ich hab gedacht, man muss dazu was schreiben. Also den Satz weiter, weißt du? Und dann hab ich einfach den Satz verlängert, der da zu sehen war bei mir. Oh. Also machen wir jetzt einfach ein Adventure. Ja. 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 Also bin ich schnell genug gewesen. Leider. Ich kann nicht so schnell. Das soll ein Mibu aus Adventure Time sein. Oha, cute. Ich hab ihn nicht richtig... Oha. Süß. Was haben. Wer ist diese dritte Katze? Ja. Kommt noch. She is coming. Foreshadowing. Yo. Manifestiere die dritte Katze. Aber Chat-Vote ist echt nicht an, ne? Nee, nee. Das ist nicht an. Ich glaube auch nicht. Vielleicht kann man das nochmal irgendwie... Weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Tim, wir brauchen Chat-Vote. Vielen Dank, danke. Stark, stark, stark. Oh, Chat-Vote kommt jetzt. Oh, wir haben ja schon wieder Shrek. Ähm. Wollen wir einfach dann jetzt abbrechen und Chat-Vote anmachen? Ja, ja. Nee, wir sind drin. Können wir auch diesen Impartial-Mode anmachen, damit man nicht sieht, wer was gezeichnet hat? Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Oh, ja. Oh, ja. Jo, hab ich gerade mal angeklickt. Also man kann es eh immer so ein bisschen erkennen, aber... Ein modernes Videospiel. Energetic. Das ist scheiße zu malen, aber es ist lustig. Wingman. Ja. Wingman. Wingman ist super. A crazy cartoon character. Hihihi. Und a retro fantasy character. Kolum. Look at that. Sorry, das war ich diesmal. Ich hab auch gerade erst abgegeben. Okay, dann. Ich hab Gary gezeichnet. Achtung. Ach du meine Güte. Und er ist trotzdem da. Das hab ich einfach geschrieben, aber ich weiß gar nicht, wie es geht. Und ich hab gerade noch gesagt, ey, wie soll man den dann zeichnen? Und jetzt muss ich den zeichnen. Ich hab den extra nicht geschrieben, weil ich dachte, hey, kann ich nicht zeichnen. Ich mag ihn ja. Ich hab den Stil, da kennt man ihn ja immer. Wir könnten theoretisch, kann man halt Squatstream machen und dann, äh, ist auch egal, ne? Na, scheiß auf. So will ich es nicht. Wann, oder? Bro, ich hab keine Ahnung, wie der aussieht aus meinem Kopf heraus. Ich hab auch keine Zeit mehr, ich hätt noch mehr adden können. Das ist einfach Bügeleisen, Mann. Ja, ich wollte noch Schnurrbart machen, aber keine Zeit mehr. Was? Tatsächlich hat meine Zeit einfach fast kein Wort gerechnet. Cool, Chat, danke. Ja! 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 Nice. Wo kann man abstimmen? Leider nur beim Vlesk im Chat. Aber jetzt nicht alle weggehen hier. Hey! Oh, dog. Oh, okay. Nee, Mann, ach, du scheiß drauf, keine Zeit. Ich bin gespannt. Oh. Ah, ein Coin auf dem Dog. Oh, Gott. Oh. Was? Wait a minute. Ah, das hier ist so süß. Die sind ja alle. Es sind einfach so drei Striche. Es ist einfach bei einem. Also, B, C und D ist richtig gut. A ist meins. Ich finde schön, dass die minimalste Zeichnung die meisten Worten... Hey, hey, hey. Sure, okay. Warte, sorry. Ist okay. Chris, let's go. Ja! Ich wollte ausmalen, aber man kann nicht so die Transparenz umstellen wie bei ihr gerade. Ja! 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 Zwei! Ich bin in zwei! Na gut, wir haben ja drei Runden gemacht, ne? Ich bin einfach... Ah, da sind die Zeichnungen dann. Äh, nicht letzter. Ich bin letzter. Nicht schlimm, du bist erster von hinten. Richtig. Baby, oder? Wirklich, mein Gehirn ist leer. Ich kann nicht mehr überleben ohne Twitch. Hilarious Videogame Animal. Kazooie. Banjo. Kazooie. Ein ekliges Maskottchen. Wer hat denn ein... Wer hat ein abstoßendes Maskottchen? Wer denn? What do you think about this one? Warum habe ich jetzt so eine Schnecke, die ich hier ausmalen muss? Fantasy Monster. Nee, ich würde warten. Unrat Tytox. Ich habe vier Augen anstatt zwei. Finde ich super. Meiner sieht aus, als hätte ich nicht genug geschlafen. Round one. This is the subject. Orochimaru. Orochimaru. Ready? Go! Was ist denn ein Orochimaru? Naruto, Naruto? Der eine Böse. Was? Mal eine Schlange, mal eine Schlange. Weißt du, ich sitze mal so da und denke mir, Ah, das würde passen, aber das kennen die vielleicht nicht. Ja, das kann ich auch. Was kann ich denn nehmen, was jeder kennt? Einfach so, Hashi, Kushi, Kashi. Nee, das war ich nicht, wirklich. Oh, was? Das war ich nicht. Achso, okay, never mind. Wenn es Crunchy war, dann habe ich nicht geflampt. Crunchy ist süß. Ich kann machen, was ich will. So ein Fuchs würde das, oder? Du meinst Gara, Linda. Gara, Gara. Ja, ja, genau den mit dem Sand. Mit der Sandnuss auf dem Ringen. Der sieht aus wie... Oh! Oh. Oh! Schön, dass alle wussten, was das ist. Oh! Naruto! These are the results of round one. Now it's up to you to vote on the drawing you like the most. Ich habe andere Animes geguckt, okay? Das eine ist aus der Folge, wo er sich verwandelt bei Itachi und... Danke für die zwei Votes, ich nehme die... Sasuke. Sasuke Kun! Da wird er doch zu diesem Monster... Ja, ich frage mich, wer die Runde hier gewinnt. Niemand. Das ist sehr knapp gerade. Das ist so knapp, das ist unentschieden. Verstehe ich gar nicht, dass diese Reference nicht gegettet wird vom Chat. Da müssten vier mehr Punkte kommen. Nee, Quatsch. I'm sorry, Linda. Da hat keiner Naruto geguckt. Sechs Votes für das Stimmband. Ist auch gut. Ich habe gevotet. Ich habe gewo... Ich habe die ganze Zeit gerollt, aber das kam die ganze Zeit nur Kacke. Oh! Bestimmt, ich hätte rerounen sollen. Aber ich hätte vielleicht irgendwas reinwerfen müssen, was jeder kennt. Aber tu, ich kann ja eures gar nicht rerounen. Oh mein Gott. This is the winner. Good job, Crunchy. Thank you. Tschüss. Round two. Alter, 100 Millionen Leute haben gesagt ja. Ich glaube... Oh, warte mal. Weiß ich, wie der aussieht? Ich habe... Ich weiß, wie der aussieht, aber den zu moralen ist immer nochmal so next level, ey. Ja, tschau. Ciao. Stopp already. Oh. Oh shit. Let's see what the results of this round are. Oh. Oh. Hey, was für Dobby? Oh. 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 Er ist doch gar nicht so kotzgrün. Der ist doch eher so... Ich weiß nicht. Schon grün. Die grünen. Man. Der ist schon sehr grün. Dobby, du bist Dobby. Sehr grün, sehr grün. Entschuldigung. Die Herzchen würden... Die, die, die holen... Dann nehmen wir was ab. Vielen Dank. Da habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben. Ich glaube wirklich die Herzchen. Ich habe auch gedacht, die sind nochmal so... Die holen die Punkte rein oder so. Die Herzchen gewinnen die Runde. Ist wirklich so. Die Runde ist echt knapp. A, B, C, D, E, F, G. Chat macht A, schnell. Macht A. Damit wir nicht biased sind. Wißt du? Sorry, ich dachte, wir singen das Alphabet. Kennen wir nicht diesen Song? Das darfst du auch. Ja, klar, kenn ich den. Alles klar. Ja, A, 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 A. Oh, knappes Rennen. Ja. Oh. Oh Gott. Ja, man muss auch mal gönnen. Ihr könnt nicht immer für mich wohnen. Ich lasse klettern. Round 3. Was? Kopf an. Was? Oha. Oh. Das wird schwer. Kazooie von Banjo-Kazooie. Ja, ähm. Ich habe vergessen, wie der aussieht leider. Das wird schwer. Wolltest du noch einen Hund oder so? Scheiße. Das funktioniert jetzt schon. Let's see what the results of this round are. Ach, der hat was. Ach so, so sieht der aus. So wie? Ja, so. Wahrscheinlich. Das ist geil. Oh. Oh Gott. Aber die sind alle gut. Ja, finde auch alle gut. Irgendein Teil. Manche, Hand ich auf. Dem End 64. Wow. Das ist unmöglich, dass Linda, dass Linda hier punktkriegt. Vielen Dank. Du hast dich komplett durchgecheatet, Linda. So bin ich. Erster Platz. Verdient. Dankeschön an alle Worts. Heftig. Heftig. Eigentlich sind ja die beide auf dem ersten und wir sind, Tim und ich, wir haben nix. Das ist korrekt. Ja. Du hast recht. Du hast recht. Tim ist auf dem dritten mit null und ich bin auf dem, ich bin mit null und nicht auf dem dritten. Du warst dich bemüht. Ich war auch dabei, ja. Das wird auch so schwer. Ich werde mich jetzt schon hassen. Egal. You can always just fill in what you'd like to draw yourself. This is the subject. Hä? Drängen? Einfach nur doch oder was? Ready? Okay, okay. Ready. Set. Go. 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 Die sind alle gut, egal wer jetzt gewinnt. Ich finde die alle gut. Was ist denn bei dir passiert? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Was ist das denn? Oh Gott, dann kommt das auf jeden Fall von Chris. Ich weiß auch nicht. Der ist halt jetzt so wie er es ist. Nein. Stop already. Let's see what the results of this round are. Das ist hier dieses Stressspielzeug von Ikea, oder nicht? Aber an sich ist das so ein... Ich weiß nicht, ob man ein Oktopus sagen kann, aber so ein Oktopus... Der Kopf sieht aus wie ein Oktopus im Endeffekt, aber es ist nicht wirklich ein Oktopus. Ich dachte eher aus Fluch der Karibik meinte ich, als ich Panik aus Versehen gesehen habe. Der ist tatsächlich... Ich glaube, der ist sehr stark inspiriert davon. Oh nein, aber ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Wenn man einfach aufhört, einen Fake zu geben, dass du scheiße auf siehst, dann läuft sie einfach auch. Dann wird es super, sagst du? Das ist super. Das ist auch richtig gut. Ah, Junge. Das ist ja so cute. Das ist ja so cute. Wow, seriously. That's really pretty nice. Ten out of ten. Was ist eigentlich mit dem auf D passiert? Wollen wir drüber reden, oder? Mann, ich wusste nicht, wie das in so einem Poro aussieht. Das ist okay, das kann ich verstehen. Ich bin sehr beeindruckt, weil ich habe persönlich für C gewartet. Stark, stark, stark. Hä, aber B war doch voll akkurat. Oha. Oh no, what is this? Jimmy Neutron. Ist das der ganz kurz Helfen-Elfen? Nee. Ja, ja. Doch, doch. Ja, ja. Nee, ne? Da wird mir der Stift aus der Hand gerissen. Das ist unglaublich. Ich glaube, irgendwie so. I don't know. Muss man nachher schauen, wie der aussieht. Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Wow. Natriumchlorid. Wow. Wait a minute. Wow. I surely know who I would vote on. Also D fühle ich. Chat, mir ist bewusst, dass Jimmy Neutron nicht aus Cosmo und Wander ist. Leute. Ist aus Cosmo und Wander. Wir haben doch ja... Wir haben doch ja... Du bist doch Lol. Oh Gott, Linda, bitte seid nicht für die YouTube-Kommentare. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Tim Blostos. Tim Blostos. Ich dachte, das ist der mit den Hälften in den Elfen. Ah, Tinkerbell. Das ist ja voll Schatter jetzt, dass man die so hässlich malen muss. Ja. Obwohl die so süß ist eigentlich. Ja. Das ist doch die... Schlorox und Tinkerbell. Ja. Ähm. Schlorox und Tinkerbell. Oh Gott. Süß. Oh, süß. Oh, süß. Ach, scheiße. Oh. 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 What happened over there? Aber bei... To be fair auf D ist sie halt vom Größenverhältnis korrekt dargestellt. Ja, das fühl ich nicht. Das muss man schon erwähnen. Crunchy ist zwar... Richtig. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Aber sie ist so cute. Ich will sie, ich will sie auf die Hand, äh, rumbombeln, äh, tanzen lassen, I guess. Das ist gut so. Was ist bei uns denn passiert, Tim? Tim. Die ist halt klein. Ja, das stimmt. Ich habe keine einzige Runde gewonnen. Wenn wir mal nicht bei einer Runde gewonnen. Oh. Applaus an uns, Applaus an uns. Warte mal. Ich war mal so kreativ. Und jetzt sitze ich vor so einem weißen Brot und mir fällt aber nicht ein, was ich hier draufmalen soll. Viele, viele, viele. Mach's selbst. A wild villain. Das heißt Glamm sie nochmal. Hm. A tasty... Anime... Monster. Tasty? Das sind so Altersflächen halt. Ja, was Einfaches. Das hat nichts mit Tasty zu tun, okay? Nee. Mein Chat auch. Siehst. Was heißt? Die legen auch... äh, die haben auch Milchküten? Die geben auch so Punkte. Checken. Checken. Achso. Oh. Oh, ich war so konzentriert auf meine Marie. Ja. Etwas so komplett zoned out von der West. Ja, wirklich. Lieder. Round one. This is the subject. Woah. Woah. Oh. Oh, shit. Okay. Go. Scheiße. Ja, das ist perfekt. Oh. Okay. Ist auch einfach perfekt geworden bei mir. Bei mir gar nicht. Da kann man sofort was los. Oh, shit. Wait a minute. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Tim. Entschuldigung. These are the results of round one. Geil. Okay. Woten. Fuck. Ich kann gar nicht mehr bei mir woten. Ich sag doch Fokuhila, ey. Der sieht aus wie ein Fokuhila einfach. Ja. Oh, nein. Sieht aus, als ob der hier von den... Wie heißen die? Mit dem Feuerball-Junge? New Kids on the Block. Was... Äh... Hier Person, die D gemalt hat. Also Tim Horus. Sie sind das in der Mitte zwischen den Augen. Und ich meine nicht die Schnauze. Das sollte die Nase sein. Aber die Nase ist doch auch die Schnauze. Hä? Warum hat der hier ne Nase? Und hier noch eine Nase? Ich weiß auch nicht. Ich dachte irgendwie... Oh, ich hab vergessen, dass ich ne Nase gemalt hab. Und dann dachte ich, der war immer ne Nase. Wenn der nicht für D wotet, dann seine Nase. Ganz ehrlich. D ist so, wenn du das irgendwie beim, weiß ich nicht, Psychologen herzeigst, dann wirst du sofort reingeschickt. Oh, vielen Dank, dass ich gewonnen hab. Dankeschön. Ganz schön, Chat. Sehr freundlich. Oh, Benjamin Franklin! Oh, wie sieht der noch mal aus? Oh mein Gott! Der Frosch? Gut. Picasso! Oh, süß. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Woher ist nochmal Benjamin Franklin der Frosch? Ich habe auch keine Ahnung. Over the Garden Wall. Ja, heutiger Abend zeigt mir tatsächlich sehr, wie gut Crunchy doch malen kann. Meinst du? Das war Bias. Das war Bias. Da bin ich gespannt, wie der... Da wünschte ich, ich könnte jetzt den Prompt nochmal sehen. Oh ja. Ach man, ich habe zu lange gebraucht. Ich bin, ich bin, ich habe... Oh, man hätte den Hund malen können. Richtig. Den kleinen Hundi von Chris. Wow. Es ist Tim Homie. Da ist er. Oh, cool. Oh, der ist aber böse. Ja, der ist super. Aber C hat Georg. Ganz kurze Frage, Christian, du hattest eine Minute Zeit. Ja. Und ich habe mich dreimal verzeichnet und dann hatte ich keine Zeit mehr. Trau du dich nochmal, so eine halbfertige Zeitung einzuzählen. Ich mache dich kaputt. Du hattest nicht mal eine Kohle auf, Christian. Ja, ich bin nicht fertig geworden. Hater. Bin ich. Hater. Und die. Und die. Hey, ich habe einfach nicht genug Zeit. Das ist absolut selbe. Ja, ja. Ich bin zu langsam für die für das Spiel. Oh man, ich wollte noch schreiben. Ich liebe sie. Loll, das ist ja super gut. Oh mein Gott. Das war aus dieser Musikfolge. Oh, wie cool. Und er ist auch ein Chonker. Oh, wie cool. AC oder D. AC oder D. Nur OGs erkennen A. Ja, ja, wirklich. Ich kenne es, ich kenne es. Sehr gut, Tim. Me too, me too. Ich finde die Boots, diese Overnies. Aber C kratzt sich am Bauch. Richtig. Ich habe gedacht, du hörst gerade der Flusel raus. You know? Wegen deinen Fäuseln. Das vielleicht auch, ja. Der vergleicht so Flusen mit Bauchnabelflusen mit Spontor. Ja, die Bauchnabelflusen. Patrick einfach gut. Patrick ist eine Legende. D. hat aber auch nur einen Arm trainiert, ne? Ganz wild. Vielen Dank, danke schön. Hey, Linda, du gewinnst ja nur. Vielen Dank. Ich glaube, dein Chat ist noch drin. Nee. Ah, scheiße. Oh nein. Aber wie, aber wie? Ja, wie geht er zu brutalsten Geheimratsecken? Der hat so... Ach, scheiße. Wie malt man den? Ups. Meine besseren Runden, glaube ich. Ja, okay. Das ist wilder Flex B. Christian, du bist wirklich sehr langsam. Du bist... Was willst du denn jetzt von mir? Du bist wirklich sehr langsam. Du hast mal so vier Striche gemalt. Naja, ich habe mich auf seine Geheimratsecken fokussiert. Ah, okay. Ja, A zum Beispiel hat gar keine Geheimratsecken. Richtig. Das ist sein Merkmal. Wie geht das Merkmal ist, dass der so brutalste Geheimratsecken hat? Ich glaube nicht, aber... Das hat nur B... Doch, 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 doch. Go off King, na klar. Das wird sein. Ich habe gerade wieder Dragon Ball geguckt. Da in der Lore steht sein wichtigstes Merkmal sind seine Geheimratsecken. Go off King. Ist wirklich so. Da steht Power Level over 9000. Ja. Das wird sein. Ja, aber B kann man erkennen. Ja, B ist ein Sinn. B ist exakt das. B ist bestimmt abgemalt. Hat jemand ein Vegeta-Emote? B ist aber ein Vegeta-Emote. Verdienen, verdienen, verdienen. Verdienen, verdienen, verdienen. Round 6. Tim geht so von... Er gibt dem Löwen eine vierkige Nase, während er schon einen Schnauz gezeichnet hat. So, perfekte Zeichnungen von Vegeta. Kann jemand kurz Jason in den Mund reinzeichnen? Gibt es eins? Man... Was ich auch voll komisch finde an dem Game ist, du kriegst zwar immer den Prompt, was du malen sollst, aber du kriegst nie das, wo das geschrieben wurde. Das ist ja manchmal auch voll lustig. Ah ja, da schreibt bei mir jemandem im Chat Kettensäge. Soll ich jetzt in 30 Sekunden eine Kettensäge zeichnen? Ach so, wie sieht das aus? Oh. Eine runde Maske. Ich habe einfach... Ich konnte mir das nicht mehr zusammenpuzzeln, wie das... Okay. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist wirklich ziemlich ugly. Ich glaube, A und C sind so die Banger. Wie sieht der? Ist das so eine... Sieht so eine Maske so aus? A und C ist sehr akkurat. So eine runde anscheinend, aber ich wusste nicht, wie. Ich habe nur noch TikTok noch... Ich habe irgendwie... Ich bin irgendwie bei Friday, dass der Team TikTok... Ja, keine Ahnung. TikTok on the clock. Tim Horus. Was denn? Stopp. Make the party don't stop. Ja, wir hören auf. Ich überstehe einfach keine Session mit dir und oder Bart, wo ich nicht mit fünf Ohrwärmen rausgehe. Aber ist das nicht auch was schönes Musik? Und dann spiele ich danach noch so zwei, drei Stunden Valorant und mein Chat hört sich die ganze Zeit diese Ohrwärmen-Schauss an. Oh, krass. Da habe ich auch wieder gerafft, wie der aussieht, als ich das gesehen habe. Crunchy's Chat hasst mich. Nein, der hasst den nicht. Doch. Ich auch. Die hassen mich. Nein. Nein. Doch. Oh mein Gott. Oh. Das ist ja voll gemein. Oh, aber süß. Oh, Pomello. Cracky Luft. Das ist ja voll gemein. Oh, Couscous. Wow. Süß. Cute. Cute. Ja, aber man ist das nicht akkurat, das ist in den Ohren. Das ist schlimm. I really mean it. I really mean it. I really mean it. Das ist super. Aber die können auch so eine Band bilden und so alle miteinander. Ja, die Pummeluf-Band. Die Pummeluf-Band. Die Pummelufs. Ich würde so CD-ROM kaufen von den CD. CD-ROM? Ich würde so ein Media-Varkin und so ein CD kaufen. Für das Auto. Ja. Pummeluf hat so ein Knuddeluf, ne? Den Hasen. Ich sag's euch, Crunchy's ist nämlich C. Ich. Knuddeluf. Ihr seid nie so beißt für mich. Ich bin sauer. Bitches Broken Hearts. Crunchy's Chat hat für mich gewotet. Es ist unglaublich. Ja. Ja. Let's go. Let's go. Du hast es gecallt, Chris. Du hast gesagt, genau so sieht Pummeluf aus. Round 8. Ja. Oh. Pikachu. Ey, da merkt man auch einfach, wie schwer es ist, Sachen einfach aus Erinnerung zu malen, ne? Oh, warte, 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 warte. Ich bin smart, ich bin smart, ich bin smart. Nur 10 Sekunden left. Achso, ist das falsch? Nein, das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Wieso? Ah, ich bin fertig. Let's see what the results of this round are. I'm a big boy. I'm a big boy. Oi, oi. Oh. Wait a minute. Wer hat den Pokéball? Wer hat den Pokéball? Oh, wie süß. Das ist auch süß. Okay. Ja. Oh my God. Dann zählt sie da. Oh, sie ist so eine kleine Maus. Maus. Pikachu ist ja auch eine kleine Maus. Mausi, Maus. Das hat auch fett geworden bei mir. Hat nicht mehr in Pokéball reingepasst. Nee, nee. Okay. At this point. Chat is actually trolling. Oh, oi. B. Das ist doch smart. Wer hat denn das gemacht, B? Das ist ein Pokéball. Wobei, Pikachu ist ja nie ein Pokéball, ne? Richtig, richtig, richtig. Ist das von dir, Tim? D, 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 D. Bait ist von Mie, ha, ha, Hah, aber ich würde ja nicht gewonnen. Ja, C ist ein bisschen pummelig. Aber er war doch mal Chonky, oder nicht? Ja, das stimmt. Ja, natürlich, Mann, aber das ist doch so schön. Der ist jetzt voll fett geworden bei mir. Ich weiß auch. Uh, ist die nicht so eine orangene Katze? Haha, ich habe kein Backpack gemalt. Ich war im Poster. Miau. 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 Miau ist genau. Oh Gott, alle haben, das habe ich ja verraten, wer ich bin. Alle haben bestes gemalt. Also das Ding ist, ich wollte einfach mal, mein Prompt war sowas wie so Lonely-Videogame-Animal oder so. Also so ganz was komisches. Und da ist mir das halt irgendwie angefangen. Ja, oh. Ich hätte vor, ein Tasty-Anime-Villain oder so. Tasty, was? Ja. Tasty? Die hängen halt aber irgendwelche Adjektive mit Videogame- oder Movie-Villain oder Fantasy. Aber Tasty hätte ich diesen Shrimp-Typ genommen von... Jetzt nochmal der Anime. Der immer so, Lachs, Tzake. Ach so, du meinst aus Jujutsu-Kaisen. Ja, genau den. Ja. Aber das hat jetzt auch nicht so übel viel mit Tasty zu tun. Event Flash hier. Du kannst ja Tasty auch als Hot. Was? Was? Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Conti-Chat. Linda fahrt hier auch Punkte einfach. Ja, eine habe ich auch gewonnen. Ja. Ich habe den Vegeta gewonnen. Vielen Dank für die Votes. Dankeschön. Das bedeutet mir mein ganzes Leben, dass ich hier gewinne. Dankeschön. Nichts anderes sein wie Sox-Sprojl. Linda ist die krasseste Künstlerin in der Gruppe. Nee, Sox. Nee. Wir haben ja auch verschiedene Leute hier gewonnen. Richtig, richtig. Richtig. Ich habe mir extra Philly Steinkopf-Logo gemalt, aber es hat nichts gebracht.